SpaceX testet erstmals Wiederverwendung eines Starship-Boosters. Spectrum von ESA Aerospace hebt ab und stürzt nach 30 Sekunden spektakulärens mehr. Erster Crewstart in polaren Orbit und Rabea Rogge schreibt Raumfahrtgeschichte, die erste deutsche im All. Fram 2 wieder heil auf der Erde zurück. Blue Origin Softwarefehler bei New Glenn Landung identifiziert. Was bedeutet das für den nächsten Start? Amazon startet mit Kuiper in die operative Phase und das erste Gateway-Modul für die Artemis-Mondraumstation wurde ausgeliefert. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Die Raumfahrt ist unfassbar spannend. Wenn du diese Entwicklung nicht verpassen möchtest, unbedingt abonnieren. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. SpaceX hat diese Woche einen bedeutenden Schritt in Richtung Wiederverwendung des Starship-Systems gemacht. In der Starbase wurde erstmals ein Super-Heavy-Booster nach einem Flug erneut statisch gezündet. Konkret geht es um Booster 14, der im Januar beim siebten vollintegrierten Starship-Testflug eingesetzt wurde und nach erfolgreicher Rückkehr zum Startplatz vom Startum aufgefangen wurde. Der jetzt durchgeführte Static-File-Test markiert das erste Wiederzünden eines Super-Heavy-Boosters nach einem Flug. Bemerkenswert war die relativ lange Brennzeit von fast 20 Sekunden, die Rückschlüsse auf die strukturelle Integrität und die Wiederverwendbarkeit des Boosters ermöglichen dürfte. Laut SpaceX waren 29 der 33 bei diesem Test eingesetzten Raptor-Triebwerker Fluge erprobt. SpaceX testet damit erstmals praktisch, was langfristig ein zentrales Ziel des Starship-Programms ist. Die Mehrfachnutzung der Super-Heavy-R-Stufen, analog zur Falcon 9, aber mit wesentlich größerem Leistungsumfang. Zusätzlich soll die Fanginfrastruktur im Starship-Programm das direkte Starten des Boosters ermöglichen. Das Ziel nach einem Flug den Booster in Stunden mit einer neuen Oberstufe bestücken und direkt wieder starten. Das erneute Zünden von Booster 14 ist da ein wichtiges Indiz dafür, dass SpaceX das Thema schnelle Wiederverwendung weiter aktiv vorantreibt und bei der ersten Stufe durchaus signifikante Fortschritte vorweisen kann. Spannend bleibt die Frage, ob Booster 14 tatsächlich nochmals geflogen wird. Derzeit sieht es danach aus, dass er für weitere Tests oder einen potenziellen Re-Flight vorbereitet wird. Ein erneuter Einsatz des Super-Heavy-Boosters wäre ein bedeutender technologischer Meilenstein, obwohl die Wiederverwendung orbitaler Booster ja etwa bei Falcon 9 schon etabliert ist. Es wird die Kosten weiterer Starts des Starship-Systems drastisch reduzieren, sobald man beginnt, bereits eingesetzte Booster erneut zu fliegen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber ich denke, der nächste Flug, Flug 9, der erfolgt mit Booster 14. Und was passiert aktuell in der Starbase? Ja, SpaceX reißt die High-Bay in der Starbase ab. Das Zusammensetzen und Endausrüsten, das findet aktuell nur in den beiden Megabays statt. Mittelfristig soll in der Starbase und in Florida jeweils eine Gigabyte errichtet werden, in der die zukünftige Starship- und Booster-Endfertigung stattfindet. Die gesamte SpaceX-Starship-Fertigung soll auf bis zu ein Starship am Tag ausgelegt werden. Wie Felix von Whataboutit berichtet, sind schon über 300 Betonlaster zum Flammengraben am neuen PET-B. Er schätzt, es könnten insgesamt locker 1.000 werden, bevor der Flametrench fertiggestellt ist. Dass neben der immensen Betonlogistik um ein komplett neues Design geht, wird hier mit Sicherheit der kritische Pfad für die ersten Starts von PET-B liegen. Der Turm mit den neuen Integrations- und Fangarmen scheint schon deutlich weiter. Diese Woche spielten die SpaceX-Teams mit den Muskeln von PET-B, oder genauer mit den Chopsticks, die vollständig verfahren wurden und sich öffneten unschlossen. Am Sonntag, 30. März, versuchte das deutsche Raketen-Startup Isar Aerospace erstmals einen Orbitalflug mit seiner Spektrum-Rakete, und zwar vom norwegischen Andoja Spaceport. Haben wir uns natürlich gemeinsam angeschaut. Es hätte schließlich ein historischer Moment werden können. Der erste Orbitalstart einer privaten Firma von europäischem Boden. Und das Ganze von Isar Aerospace aus München, ja klar benannt nach dem Fluss Isar. Doch der große Moment, ja, der endete mit einem großen Feuerball und Pilzwolke im Nordpolarmeer. Den Preis für den schönsten Startplatz hat Andoja meiner Meinung nach sicher. Nicht nur die malerische Landschaft, sondern ebenso die kalte, klare Luft. Die haben für spektakuläre Bilder gesorgt. Und auch die Bilder von Polarlichtern vor dem Start, die haben richtig Spaß gemacht. Aber genug der Oberflächlichkeit. Die Spektrum-Rakete von Isar Aerospace ist eine 28 Meter hohe, 2 Meter breite, zweistufige Rakete aus Kohlefaser verstärktem Kunststoff. Sie wird mit Flüssigpropan und Flüssigsauerstoff betrieben und soll etwa eine Tonne in den Orbit bringen können. Das gelang jedoch auf diesem ersten Flug nicht. Trotz des Absturzes nach nur 30 Sekunden wertet Isar den Testflug als Erfolg. Die frühe Startphase, die verlief kontrolliert. Triebwerke zündeten, die Rakete hob ab. Isar Aerospace-CEO Daniel Metzler, der zeigte sich kämpferisch. Wir lernen, wir bauen, wir fliegen wieder. Klar, jetzt muss Isar Aerospace erstmal die Ursache verstehen. Ob es dann beim nächsten Versuch für den Orbit reicht, das wird der nächste Start dann zeigen. Ich möchte noch nicht mutmaßen, was der Fehler war. Ich bin mir sicher, dass Isar die Ursache herausfindet und dann auch veröffentlicht. Aber natürlich fällt einiges im Video auf. Soweit man erkennen kann, scheinen alle Triebwerke zu starten und auch bis zum Abschalten zu brennen. Das ist erstmal ein sehr gutes Zeichen, aber man erkennt auch die Schubvektorsteuerung der neuen Aquila-Triebwerke. Die arbeitet bereits kurz nach dem Verlassen der Startrampe sehr stark. Das ist eher untypisch für die Frühflugphase einer Rakete. Vielleicht erklärt das dann die gefühlt niedrige Geschwindigkeit der Rakete. Wenn die Raketensteuerung mit viel Ausschlagbewegung beschäftigt ist, wird der Schub nicht optimal in Vortrieb umgesetzt. Und das geschah nach nur ein paar Sekunden Flugzeit. Die Steuerung, die versuchte offensichtlich krampfhaft die Rakete zu stabilisieren, letztendlich vergeblich. Die Rakete begann sich dann auch um die Längsachse zu drehen. Die Steuerung verlor dann komplett die Kontrolle und man entschied sich offenbar sicherheitshalber für das Abschalten der Triebwerke oder die Flugsteuerung entschied sich für das Abschalten. Für mich sieht es so aus, dass die Rakete keinen Kurs aufs Meer genommen hat, sondern durch das Kompensieren eher Richtung Land geflogen ist, was dann ein Abbruch auch sinnvoll erscheinen lässt. Aus mehreren Kameraperspektiven sieht man, die Rakete, die fliegt ein paar hundert Meter hoch, laut Scott Manley etwa 500 Meter, dann stürzt sie ins Wasser. Kein Schaden an der Startrampe, kein Feuerball auf dem Boden, immerhin. Ja, die Triebwerke, die funktionierten, die Schubvektorsteuerung offensichtlich auch. Wahrscheinlich ein Softwareproblem, vielleicht falsche Sensordaten oder eine instabile Regelung. Ebenso denkbar eine unkontrollierte Treibstoffbewegung in den Tanks. Trotz allem, das war ein großer Schritt, der erste echte private Orbitalstartversuch in Westeuropa. Klar, andere Kontinente waren da schneller, aber hey, der Anfang ist gemacht, die Startrampe ist intakt und das Team von Isar Aerospace, das kann jetzt aus den Fehlern lernen. An neuer Hardware, da wird bereits gearbeitet und wer weiß, wenn die Fehlerursache schnell verstanden wurde, ist Isar vielleicht schneller wieder auf dem Pad als gerade gedacht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen für den nächsten Versuch. Kopf hoch Isar, aufstehen, Krönchen richten, weiter ballern. Ja, die Woche stand voll unter dem Motto Polar und das ist natürlich eine Steilvorlage für NordVPN Shoutout. NordVPN ist einer der schnellsten VPN-Anbieter der Welt und sorgt dafür, dass 4K-Streaming und der Transfer von großen Datenmengen über einen VPN-Tunnel nicht zur Geduldprobe werden. Mit meinem NordVPN-Deal, da bekommst du einen exklusiven Rabatt auf das Abo und bis zu vier Bonusmonate obendrauf. Link findest du auch in der Videobeschreibung. Ein VPN-Tunnel, der schützt dich auch vor Man-in-the-Middle-Angriffen, wenn du zum Beispiel in einem fremden WLAN eingeloggt bist. Online-Sicherheit sollte für uns alle ein Thema sein. Hier kannst du dich auf den Bedrohungsschutz Pro von NordVPN verlassen. Der bietet einen erweiterten Schutz vor Mailware, Phishing, Betrug und vielen weiteren Bedrohungen. Der Bedrohungsschutz Pro, der blockiert zum Beispiel auch Werbung. Mit meinem NordVPN-Deal bekommst du wie gesagt bis zu vier Bonusmonate. Das Ganze kannst du wie immer bei NordVPN mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ganz risikofrei testen. Aber nicht nur ESA Aerospace ist die Woche gestartet. Am Montag, 31. März, da brachte SpaceX mit einer Falcon 9 vom Space Launch Komplex 40 in der Cape Canaveral Space Force Station in Florida erneut eine Ladung Starlink-Satelliten ins All. Start und Landung des Boosters verliefen routiniert. Am Dienstagmorgen, 1. April, kein Scherz, da hob ebenfalls eine Falcon 9 ab, diesmal vom Kennedy Space Center. SpaceX hat mit der Mission Fram 2 erstmals eine Crew Dragon-Kapsel in eine polare Umlaufbahn gebracht, die direkt dann ja über Nord- und Südpol führt. Wir haben uns das morgens um 3.46 Uhr mit einer Gruppe Hartgesottener natürlich angeschaut. Vielleicht habt ihr mich auch am Dienstagmorgen um 7 Uhr auf NTV gesehen, wo ich den Start einordnen durfte. Fram 2, benannt nach dem berühmten Polarforschungsschiff Fram, wurde angeführt von Chan Wang. Der chinesischstämmige Kryptounternehmer mit maltesischem Pass hat die Mission finanziert und ist damit übrigens der erste Malteser im All. Die internationale Besatzung bestand dann weiter aus der Kommandantin der norwegischen Kamerafrau Janike Mikkelsen, dem australischen Polarforscher Eric Phillips und der ersten deutschen Frau im All, der erst 29-jährigen Robotikforscherin Rabea Rogge. Sie war als Dragon-Pilotin mit an Bord. Während der dreitägigen Mission sollten über 20 wissenschaftliche Experimente durchgeführt werden, darunter auch die erste Röntgenaufnahme von Menschen im All. Die hochauflösenden Videos aus dem Orbit, die zeigten die Crew in bester Laune und vermittelten ein Stück weit das Gefühl, hey, das All, das ist für uns alle da. Jedenfalls, wenn man das nötige Kleingeld hat. Der Flug, der soll Wang zwischen 150 und 200 Millionen Dollar gekostet haben. Gerade am Anfang braucht es etwas Gewöhnung, das kann man Chans Tagebuch auf X entnehmen. Die ersten Stunden in der Schwerelosigkeit, die waren alles andere als angenehm. Allen wurde schlecht, klassische Weltraumübelkeit inklusive Erbrechen. Interessant, dass es sich, so Chan, anders angeführt hat als Seekrankheit oder Übelkeit im Auto. Lesen war zum Beispiel kein Problem. Aber schon ein winziger Schluck Wasser, der konnte den Magen aus dem Gleichgewicht bringen. Am zweiten Tag soll die Übelkeit dann aber weg gewesen sein. Zurück zur Erde kam Fram 2 am Freitagabend. Auch das haben wir uns zusammen live angeschaut. Es war die erste SpaceX-Crew-Mission, die vor der Küste Kaliforniens gewassert ist. Gerade bei den Flügen zur ISS, da hatte es wegen schlechter Wetterbedingungen vor Florida immer wieder Verschiebungen bei der Rückkehr gegeben. Ebenfalls am 1. April, da startete von Jing-Quan aus eine lange Marsch 2D. An Bord waren vier Teff-Satelliten von zwei kommerziellen Herstellern. Die Satelliten, die sollen Internet-Technologien erproben. Am 3. April setzte China den Raketenreigen fort. Eine lange Marsch 6 brachte den Navigationssatelliten Jiangping 3A2 vom Taichuan Space Center ins All. Und den Wochenabschluss bildete am Freitag, 4. April, SpaceX mit einer Falcon 9 von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Da wurden 27 Starlink-V2-Minisatelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Die Ursache für die missglückte Landung des Boosters beim Jungfernflug der New Glenn ist gefunden. Ein Softwarefehler im Triebwerkskontrollsystem verhinderte das Wiederzünden der B4-Triebwerke. Wie Blue Origin nun mitteilte, habe man den Fehler identifiziert und die entsprechende Steuerungslogistik überarbeitet. Die Untersuchung habe gezeigt, dass es sich nicht um ein Problem der Hardware handelte. Die Triebwerke waren intakt. Trotz der Fehlfunktion beim ersten Startversuch, die eine Landung schließlich verhindert hat, sei die Gesamtperformance des neuen Trägersystems vielversprechend gewesen, so der Blue Origin-CEO David Limb. Die nächste Mission, die soll noch vor Sommer erfolgen. Sollte sich keine kommerzielle Nutzlast rechtzeitig finden, will Blue Origin notfalls mit einem Massensimulator fliegen. Der US-Senat hat für den 9. April eine offizielle Anhörung zur Bestätigung von Jared Isaacman als neuer NASA-Administrator angesetzt. Isaacman, Milliardär, SpaceX-Kunde und Kommandant der historischen Inspiration4 und Polaris Dawn-Mission, wurde von der neuen US-Regierung als Nachfolger von NASA-Administrator Bill Nelson vorgeschlagen. Die Branche reagiert gespalten, doch der Rückhalt für Isaacman, der ist groß. In einem offenen Brief sprachen sich 29 ehemalige NASA-Astronauten für ihn aus. Auch Ex-Administrator Jim Bridenstine lobte Isaacman als einer der bedeutendsten möglichen Personalien für die Zukunft der NASA. Der Unternehmer, der bringt nicht nur Flugerfahrung mit, sondern auch eine unternehmerische Vision, passend zum Kurs der neuen Regierung, die kommerzielle Partnerschaften ausbauen will. Vielleicht beginnt hier die radikalste Neuausrichtung der NASA seit Jahrzehnten. Kritiker bemängeln unter anderem seine Nähe zu SpaceX und den fehlenden wissenschaftlichen Hintergrund. Die NASA hat das Missionsabzeichen für ihren historischen Artemis II-Flug zum Mond vorgestellt. Der Flug soll 2026 starten. Das Design, inspiriert vom berühmten Earthrise-Foto der Apollo 8-Mission, zeigt Erde und Mond als Sinnbild für Entdeckung und Heimat. Die Bezeichnung A2 oder All oder All steht symbolisch für eine Mission für alle und von allen. Ziel ist es, mit dem neuen SLS-Raketensystem und dem Orion-Raumschiff erstmals Astronauten ins All zu schicken, um den Weg für künftige Mond- und Mars-Missionen zu ebnen. Apropos Artemis-Programm, Thales Alenia Space hat die Hauptstruktur des Halo-Moduls für das Lunar Gateway fertiggestellt und an Northrop Grumman übergeben. Die Struktur des Halo-Moduls wurde in Turin entwickelt und gebaut, ein bedeutender europäischer Beitrag zur geplanten Raumstation im Mondorbit. Das rund sieben Meter lange und drei Meter breite Modul basiert auf dem Design des Frachtraummoduls des Cygnus-Raumschiffs. Bei Northrop Grumman in den USA bekommt Halo nun seine Systeme für Stromversorgung, Avionik, Antrieb und Lebenserhaltung. Zusammen mit dem PPE-Modul soll Halo mit einer Falcon Heavy in eine Mondumlaufbahn starten. Die Station soll später als Zwischenstopp für Artemis-Mond-Missionen dienen und zeitweise bewohnt sein. Mit der Übergabe beginnt jetzt die finale Integrationsphase und sie unterstreicht einmal mehr die wachsende internationale Bedeutung des Artemis-Programms. Das Gateway und das gesamte Artemis-Programm stehen aktuell durch den Politikwechsel in den USA vor großen Unsicherheiten. Apropos Raumstationen. Das US-Raumfahrtunternehmen WASD testet zukünftig seine Raumstationsmodule und jetzt das von Haven 1 in einer NASA-Einrichtung. Ziel der Vereinbarung ist die strukturelle Qualifikation des Moduls unter realistischen Bedingungen, ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer Mission mit Crew. Die Tests, die umfassen Druck- und Belastungstests sowie die Simulation von Start- und Orbitalbedingungen. WASD sieht Haven 1 als ersten funktionierenden Prototyp einer größeren modularen Raumstation, die später aus überarbeiteten Modulen gebaut werden soll. Bereits 2026 soll eine erste Crew mit einer SpaceX Crew Dragon an Bord von Haven 1 gehen, vorausgesetzt alle Tests verlaufen planmäßig. Dass die NASA für diese Phase ihre Infrastruktur bereitstellt, unterstreicht die wachsende Rolle privater Anbieter in der Nachfolge der ISS. WASD könnte mit dem Minimal Viable Product Ansatz tatsächlich der erste Anbieter einer voll funktionsfähigen kommerziellen Raumstation im Orbit werden. Amazon zündet die nächste Stufe seines Satelliten-Internet-Programms. Nach den erfolgreichen Testflügen von Köper Sat. 1 und 2 im Oktober 2023 beginnt nun der operative Aufbau der Köper-Konstellation. Die ersten voll funktionsfähigen Seriensatelliten wurden fertiggestellt und sollen nächste Woche mit einer Atlas V von ULA ins All gebracht werden. Damit will Amazon den Grundstein für ein weltumspannendes Breitbandnetz legen, ähnlich wie SpaceX mit Starlink, aber mit eigenem technologischen Ansatz. Die Köper-Satelliten sollen in drei Lagen zwischen 590 und 630 Kilometern Höhe stationiert werden und dabei mit Faced Array Antennen sowie optischen Laserkommunikationsterminals für hohe Bandbreite sorgen. Amazon kündigt an, noch 2025 erste Beta-Dienste für ausgewählte Kunden zu starten. Der Markt für satellitengestütztes Internet, der wächst rasant. Nun muss Amazon mit Köper zeigen, dass es im direkten Wettbewerb mit dem First Mover SpaceX mithalten kann. Japans Raumfahrtbehörde Yaksa bereitet sich auf eine mögliche Mars-Mission vor. Wie SpaceNews.com berichtet, hat die japanische Raumfahrtbehörde mit der Untersuchung eines eigenständigen Mars-Landers begonnen. Im Fokus der Studie steht die technische Machbarkeit eines automatisierten Landevehicels, das unter harschen Bedingungen auf dem Roten Planet sicher landen und operieren kann. Das Projekt befindet sich noch in einer sehr frühen Phase, soll aber Japan beim Definieren seiner künftigen Rolle in internationalen Mars-Programmen helfen. Die Studie reiht sich ein in eine Serie ambitionierter robotischer Missionen Japans. Mit der Asteroiden-Rückführung Hayabusa 2, Mondlandung Slim und der geplanten MMX-Mission zum Mars-Mond Phobos verfügt Japan über eines der ambitioniertesten interplanetaren Erkundungsprogramme der Welt. Ein ambitioniertes Ziel hat auch Senkrechtstarter, meine Mission, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Dass es den Kanal noch gibt, das bedanken wir alle den Senkrechtstarter-Schutzengeln. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt es ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Noch schnell die Starts der kommenden Woche am Montag, 7. April. Da startet SpaceX erneut Starlings. Eine Falcon 9 bringt sie von der Veneburg Space Force Base in Kalifornien ins All. Die Landung ist auf dem Drone-Schiff Of Course I Still Love You geplant. Am Dienstag, 8. April, fliegt Russland zur ISS. Eine Soyuz 2.1a bringt das Raumschiff MS-27 mit den Kosmonauten Sergej Rizikov und Alexej Zobritski und den NASA-Astronauten Johnny Kim von Baikonur, Kasachstan, ins All. Am Mittwoch, 9. April hebt eine Atlas V in der 5.5.1-Konfiguration von Cape Canaveral ab an Bord die ersten 27 Athleten für Amazon-Sculper-Kanzellationen. Du willst dein Streaming-Erlebnis per VPN verbessern? Hier noch einmal der Hinweis auf meinen exklusiven NordVPN-Deal, findest du auch in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist unfassbar spannend, gerade Hashtag Apollo-Moment. Wenn du das nicht verpassen möchtest, genau abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön zinkreich bleiben. Dein Mo.